Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute testen wir Population 1, das erste Battle Royale in VR. Ich bin mal gespannt. Ich würde mal sagen, wir starten direkt ins Game rein. Krasse, sieht aus wie ein Battle Royale-Game. Wir haben tägliche Missionen, wir haben einen Battle Pass. Wir können den Battle Pass kaufen, wir können stufenfrei kaufen. Wir haben eine Ausrüstung, Cosmetics, einen Shop. Nice. Warzone angelehnt, würde ich sagen. Hier fehlt auf jeden Fall nichts, was in einem anderen Battle Royale nicht vorhanden ist. Machen wir ready. Suche läuft. Battle Pass haben wir. Kann ich jetzt hier rumklicken, während die suchen? Ja, nice. Kann ich auch machen. Battle Pass. Man kann echt... Krass, kann ich die Battle Pass durchschauen? Nee, war... Ich find's lustig. Cool, dass sie daran gedacht haben. Sowas fördert halt, finde ich, immer den Langzeitspaß, wenn du irgendwelche Belohnungen holen kannst. So, Freunde. Unser erstes Game. Das hier ist die Aufwärmrunde. Uh, ein Katana. Nee, oder? Uh, Katanas. Ja, 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 oh. Ja, ja, ja. Huya! 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 Okay, nice. Das ist, wenn man so einen Katana rumdrehen kann, ist schon nice. Nehmen wir mal die Piste, ein bisschen schießen üben. So, rein. Team. Und go. Ich bin Fortnite und Warzone erfahren, aber VR, Battle Royale, VR schießen. Ich bin doch ein totaler Anfänger. Ich bin mal gespannt, ob das hier funktioniert oder ob ich hier mega lust sein werde. Das ist nicht die Endcode, die Grafikeinstellung. Man kann auf Inferno einstellen. Das ist eine Grafik, die ist dann wesentlich höher als die, was wir gerade sehen. Das macht mein Rechner aber mit der 2080T Super nicht mit, weil ich dann nur 9 FPS habe. Also habe ich eine Stufe drunter auf Ultra. Sieht trotzdem nice aus. Also für ein Battle Royale finde ich das Geld. Bin mal gespannt, kann man in dieses Gebäude rein? Das wäre zu heftig. Die Map ist relativ groß. So, Freunde, unser erstes Battle Royale Game hier in Population 1 startet. Ich bin mal gespannt. So, 18 Spieler sind wir. Dreier Teams. Man muss ja am Anfang in diese Kapsel rein. Drückt auf Ready. Na? Fliegt in die Luft. Und dann, wenn wir bereit sind zu springen, zieht man die Leine hier. Man hat die Map, das ist die Map. Man hat viele Gebiete, man fliegt da lang. Und das Weiße ist die Zone. Äh, wo landen wir? Boah, ich wollte auf dem Friedhof, das sieht nice aus. Äh, wo wollen wir landen, Freunde? Wo geht die Zone hin? Okay, Prärie. Wir springen mal hier gleich ab. So, und wenn man abgesprungen ist, gleitet man. Wuhu. Also, so ähnlich wie ein Warzone, der Gleiter, hat man jetzt hier, ja, als, äh, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Also, wie ein Warzone, dieser Fallschirm hat man hier diesen Gleiter. Boah, der Friedhof ist schon ein bisschen scary aus. Grafik, wir sagen, Grafik ist okay. Grafik ist okay, also, geht dafür, dass ein Battle Royale Game ist, ist das schon nice. Und ja, was, da ist schon einer gestorben? So, wie jedes Battle Royale, wir müssen schnell landen. Wir müssen schnell Waffen sammeln. Man kann bauen in dem Game, ich weiß jetzt aber noch nicht, wow. Wow. Ah, das ist... Ah, das ist die... Auch, wie ein Warzone, ewig lang nachladen. Oh, ich höre jemanden, ich höre jemanden. Ich höre jemanden. Ich höre jemanden. Ah, da rum. Und hinten ist noch einer. Ah, ich bin gleich in der Action gelandet. Kann ich nachladen? Oh, oh, oh. Ich hole eine bessere Waffe, ich brauche Schild. Oh, hier in der AK. Na AK. AK. Ah. Rein damit. Oh, jetzt vorbei, jetzt habe ich eine AK. Jetzt geht's los. Ah, ich treffe nichts. Nachladen, warte, nachladen, 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 nachladen. Ah. So. Warte, AK. Nachladen, boom. Ziehen, fertig. Ey, ich trinke mal meinen Energy Drink. Bam, Dose auf und rein. Äh, was ist das? Ach, die Karte. Baumaterial, ah, Baumaterial, die muss man sammeln. Man kann bauen, man kann natürlich bauen. Freunde, man kann bauen in dem Game. Schaut euch gesagt. Bam. Leider keine Treppen, aber dafür ein bisschen Schutz und so. Also, ich muss sagen, das macht schon Fun. Das ist schon echt ein nice Game. So. Schild. Genau, man muss aufsammeln. Trinken. Eine Limo. Leben nachher über Zeit. Ah, das ist schon cool. Das fühlt sich cool an. Also, ich muss sagen, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es so viel Fun macht. Aber ich würde mal sagen, wir gewöhnen uns das Ding gleich. Erste Runde, erster Wind. Wow, 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 wow. Da hat jemand auf mich abgesehen. Nein, ich muss machen dann. Warte auf Wiederwilligung. Also, ich kann immer noch geholt werden anscheinend. Na komm, hol den. Na komm hier, bloody soldier. Go, bloody soldier, go. 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 No. Nein, schade. Schade, oh gut. Schade, schade, nur vierter. Es ist durchdacht. Man hat einen Battle Pass, man hat Belohnung, man hat Cosmetics, man hat Waffenskins. So, Freunde. Ich würde mal sagen, wir spielen noch einen ganz normalen Battle Royale Modus und holen uns jetzt den Wind. Wir holen uns jetzt den Wind. Also, das Game macht Spaß. So, unsere zweite Runde startet, Freunde. Jetzt holen wir uns den Epic Wind. Go. Go, 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 go. Oh, ganz ehrlich, so wie man einsteigt, das gefällt mir mega in dem Game. Kapsel rein. Drückt auf Ready. Wird hochgeschossen. Oh. So, und wo steigen wir jetzt aus? Das ist die Map. Wir fliegen da lang. Ich wollte zu gerne auf den Friedhof. Ich will sehen, wie das aussieht. Aber die Map. Also, die Zone ist das Weiße hier. Außerhalb dürfen wir nicht, weil wir sonst sterben. Ich warte noch ein bisschen, um zu sehen, wo die zweite Zone kommt. Die zweite Zone kommt relativ schnell. Ah. Wir gehen mal zum Vorpostenhügel. Wir gehen mal zum Vorpostenhügel. Huuu. Ey, das gleiten. Ganz ehrlich, dieser Einstieg, der macht mega Spaß. Ich bin mal gespannt, ob die Map sich auch erweitert mit der Zeit. Ob das ein bisschen besser von der Grafik wird. Kann man im Auto fahren? Ne, oder? Niemals haben sie gar nicht gedacht, dass man im Auto fahren kann. So, wir landen mal hier. Ich wurde angeschossen. Na, na. Oh, ich kann's, ich kann's. Vier Schuss, vier Schuss, Freunde. Huuu. So, das sind Baumaterialien. Man kann natürlich auch bauen. So, was wir testen wollen, kann man in ein Auto fahren. Wir versuchen mal gleich hier den LKW zu rippen. Was sagt die Map? Sind wir noch in der Zone? Ja, wir sind noch in der Zone. Ne, man kann natürlich nicht. Schade, man kann den LKW nicht. Ich kann mir aber vorstellen, wenn das Game jetzt ein bisschen besser laufen sollte, dass hier das definitiv in Zukunft, wenn die Rechner ein bisschen stärker werden, dass man das zocken kann. In 30 Sekunden. Man kann ja klettern. Hab ich ganz vergessen. Man kann ja klettern, man kann ja klettern. Man kann klettern, man kann klettern. Man kann theoretisch jetzt auch überall hochklettern, was ich mega nice finde. So, Freunde, wir holen uns den Sieg. Also, grafisch sieht es jetzt ganz gut aus. Nicht überragend. Aber ich glaube, mein Rechner kann auch nicht mehr leisten, weil... So eine große Map mit so vielen Spielern und sowas in VR, das kostet dann doch schon Leistung. Ich glaube, das hat auch Oculus Quest Support. Das heißt, muss auch angepasst sein für die schwächeren Rechner. Also, wir können jetzt nicht mit ganz groß auffahren, mit der besten Grafik. Ah! Ich geste mal, dass man gleiten kann. Oh, hier ein Rucksack. Ein Rucksack kann man dann nochmal Waffen tragen. Ich habe jetzt hier drei Slots, kann man noch freischalten. Das heißt, wenn ich den Rucksack nehme, habe ich jetzt ein Slot mehr. Das heißt, ich kann jetzt ein Sturmgewehr oder so mitnehmen. So, Gavin and back. Können wir sagen, wir holen uns jetzt den Wind. Viel fehlt uns nicht mehr. Warte, wie viele Teams haben wir noch? Noch zwei Gegner. Wir klettern hier hoch. Uhuhu. Ganz ehrlich, das Klettern das macht... Oh, nein, nein. Ah, ich habe mich runtergepftet. Also ganz... Ah, warte. Die Waffe wegpacken. So. Also, ich muss sagen, das Klettern macht schon Spaß, dass man hier überall hochkommt. So, schauen wir uns mal an. Nehmen wir hier noch ein bisschen Baumaterialien. Ah, 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 ah. Uhuhu. Das ist Clayton, das war ein Megaspaß. Okay, ich muss sagen, die Zone hätten wir ein bisschen besser animieren können. Eine Kuppel, statt so ein Viereck-Ding, ne? Ah, da, da. Ich hoffe, ich bin nicht zu mutig. Ich hoffe, ich bin nicht zu mutig. Ich hoffe, ich bin nicht zu mutig. Da war doch einer. Also, da war er gerade. Den holen wir uns noch. Da rum, da rum, da rum, da rum. Na, na, na. Ha? Nein, ich muss nachladen, ich muss nachladen. Wow, wow, wow. Warum haben die so viel Leben? Jetzt zieht die Waffe so wenig ab, die MP. Ha! Sieg Battle Royale, wow. Oh, Battle Royale, sag ich schon, viel zu Fortnite gewöhnt. Hoffentlich Mordensieg. Nice, das macht Spaß. So, äh, Spiel verlassen, Freunde. Das macht Spaß. Also, ich kann nicht sagen, also, wenn man VR gerne spielt, wenn man Battle Royale mag, also, ich hab nichts auszusetzen. Bis zum nächsten Mal beim 0, 30 Mal. Är das